Nice Yeah, die größten Fische im Teich, weit wörtlich Und Gegner, kein Radar Doch, Missouri Stimmt, da oben Nichtsdestotrotz werde ich Hard B pushen Oder? Try it, ich war dann zu arm Nicht? Ne, du versuch erst mal da auszuparken Hallo, ich hab hier gerade neue Munition aufgenommen und so Tolle Piratenflagge Und da die komische Segeljagd hinter mir, die jetzt da gerade durchschippert, die würde ich erst mal versenken Wie wisst ihr, ich kann meine Gans nicht so weit runter richten Da ist sogar wer an Bord Seit wann animieren die Menschen? Wo ist jemand an Bord? Da, an dem Segelboot hinter mir an dem Hafen, was da langfährt Achso, ja, da schon Da seh ich leider nicht rein Kann man ja auch niemanden umbringen Sagst du, pass auf Ich habe ja doch 155er von der Mogami als Secondaries auf dem Schiff, oder? Äh, ja Wieso haben die nicht die gleiche Reichweite wie die Mogami? Ja, das würde ich mir bei einigen Secondaries wünschen, mein Freund Weiß gar nicht, ob das realistisch-unrealistisch ist Aber das würde, glaube ich, Schlachtschiffe ziemlich nach oben pimpen Ja, das wäre brutal, ja Die deutschen Battleships, Mann Das wäre nicht mehr feierlicher 16 Kilometer Secondary Reichweite, yo Ja, okay, fahre ich doch B, weil die Meeren sichten Obwohl die andere Meeren füllen Ja, ich bleib hier mal Die Hälfte der anderen Meeren Immer diese russischen DDS fahren, als ob sie besoffen werden Ich glaube, dann hättest du bei einer Kurfürst, hättest du so auf jeder Seite quasi noch eine HIPAA drangebaut Mit den Secondaries Ne, weil die hat 150er, oder? Ne, ne, die hat 200 noch was, die Großen Echt jetzt? Mhm Alte Schwede Okay Bist du sicher bei der Kurfürst? Ja Ich nachguck, die sind größer, als die von der Friedrich noch mal in Nummer Aber 203? Wie im Leben Ich meine schon Ne, ne, die Deutschen haben da 150, Max Ja, ich glaube auch 150er 105er und 150er So sind sie 125er Oh, hallo Mugami Nein Ich presse auch ein bisschen ab, damit du hier vorfahren kannst Naja, ich möchte erstmal jetzt auf diesem Motor schießen Stockschiff war ne Scheiße Ach was, warum machst du das auch? Hat dich keiner zugezwungen, hab ich gehört Wenn man die Schiffe, die schießen könnte, die sind ja alle da hinten Oh, da könnte ich sogar drauf schießen Ja Macht mal da ein paar Schiffe auf Müssen wir jetzt auch mal smoken schnell Jo Schön 12.000 einfach mal so auf ne Bismarck, nehm ich gerne mit Die Mugami da wird ein bisschen eklig Die hab ich eigentlich gerade geschossen, aber meine Gans wollten nicht so wie ich wollte leider Aber wenn die so fährt, dann bekommen wir noch ne Gelegenheit drauf zu schießen Ja, jetzt ist's abgebogen Ja, wenn wir schnell genug sind, dann können wir ihnen zumindest von hinten noch ein bisschen was mitgeben Und ihm potenziell was in den Arsch schieben Mhm Hä, dreht er hoch? Ja Oh, der hat auch getroppt Mhm Aber das ist das letzte, was er machen wird Alter, weißt du wie schön der sich in meine Säufe reingedreht hat? Ja, ich hab's gesehen, aber ich hab gehofft, dass zumindest ein bisschen noch was für mich übrig bleibt Ja, dann bleib ich halt hier stehen Und schieß auf die Schuhe, steht dahin, steht Nein Bullshit Überdreht Jo Schorsch, das waren zwei Zitadellen Nett Was macht die Missuri da? Die ist ziemlich alleine jetzt, oder? Gehen wir mal auf die Richtung Ja, aber vor allem gefällt jetzt ziemlich breit zu heute Ne, der ist nicht alleine, die Düderlo ist da noch oben Oh, der ist ja richtig langsam scheiße Ich hör mal vorhin, das ist schade, dass ich reingedreht hab in deine Schutze Wo möchte der jetzt hin? Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, was der da macht Der kann eigentlich nur geradeaus weiterfahren Im Endeffekt ja Ja Und wenn er sich dreht, einer von uns beiden, kriegt dann einen Shot Hm, ja, der ist bald gleich bei mir hinter einer Insel Wow, ja genau Ja, jetzt kann ich nicht mehr drauf schießen Ich such's mal, aber Äh, ja, dreißend Ruhe gegangen Äh, frisst Torps jetzt erstmal? Okay, um den müssen wir uns glaub ich nicht mehr kümmern Ah, können wir hier unten mal langsam Unterstützung kriegen? Ja Ja, fahr runter Wow, mega Streuung Ja, das ist ein Bismarck Mhm, auf die hab ich grad geschossen Ein dritt weg Nicht okay Ja, der war wunderschön breitseite Und meine Schützen wollten nochmal sehen, was die maximal mögliche Streuung bei meinem Guns ist Und, hast du da gut ausgemessen, oder? Äh, ja, ziemlich genau Also, dass ich überhaupt noch meine Schüsse sehen konnte, sag ich's mal so Sie doch auf einem Bildschirm gepasst haben Okay, da schießt ne Hipper von der Seite auf mich Da oben ist vor allem noch ne Isomo Auf die muss ich jetzt erstmal kurz warten Jetzt hab ich nämlich gleich in der Flanke Mhm Ja, und ich hab jetzt halt die Hipper hier in der Flanke, die mich ganz schön mal drätiert Fahne schön Oh Gott, da hab ich ja einiges in der Flanke, seh ich grade Ja, weil hier unten kein Schlachtschiff ist Gar nichts Ja, unsere Tippets fährt jetzt so oben hoch zum sterben grade Was hat denn die Bismarck davor? Weiß ich nicht Äh, ja, ich fahr mal den Bismarcks entgegen Mhm Ich bitte da rum Ich hoffe, dass irgendwie oben die Isomo von irgendwas down gemacht wird Ich hab jetzt einfach mal Vertrauen in unser Team Ja, und ich versuchte mal die aufzeigen, die hier unten sind Okay, soviel dazu Und Vertrauen wurde nicht gerechtfertigt Hallo Bismarck Also hier klammert euch nicht Taste American Freedom Okay, die Sumo ist down Kannst du mir irgendwie die Mähne hier vom Hals mal halten? Schade aber ja Weil ich mach grad hier nur beschissen Overpants Achtung, Nikutusov schießt auf dich Oooooooach Gott Ich warte meinen Reload ab und dann geh ich auf die Okay Dann kann ich dich mal ein bisschen davon abhalten, auf dich zu gehen Super My life Mann, was mich das hier immer kostet In diesem Spaß So ein Suffkopf, dass sie sich grad smoken kann, ne? Mhm Äh, ich hab halt jetzt ein Problem hier Der Gegner Udalo ist hier oben bei mir Okay, die Mähne ist down, das ist gut Okay, ich will jetzt da Kannst du mir jetzt mir hier helfen Vielleicht ziemlich ein Problem kriegen hier Ich hab mir hier nicht unbedingt viel besser aus gerade Okay Wie lang da und der Smog bei der Das auf Ja, relativ lange Shit Nö, ganz normal halt Also russischer Smoke Ich hasse mein Leben, ey Genau in dem Moment, wo der Smoke aufhört, hab ich Ich wollte schon losfahren Ich war schon auf dem Weg Jetzt braucht die Kudosov nur noch einmal auf mich drauf zu halten Ja, ich auch Alter, das ist so lächerlich, dass du keinen Smoke-Timer hast Vor allem, wenn das dein letzter Smoke ist, siehst du ja nichts Ja, das ist kein Anhaltspunkt Und den Nerv da jetzt runter zu zählen, das hab ich auch nicht überwiegt Oh! Kutschtopwusch den Ich hab hier grad eine Insel gefunden Ah, ich bin down Gott, die Kudosov hat da so ein Glück gehabt, ey Die wär direkt in meine Torps reingefahren, wenn sie sich nicht direkt da gesmoked hätte Ja, ganz ruhig Die zieligen halt jetzt einzeln unsere Schiffe Ja, weil die Bismarck endlich tot ist, kann ich da auch wieder rüber Du jagst die Bismarck Ja, ich habe zwei Bismarcks und eine Uderleu gejagt Weil die mir sonst hier schön in die Seite geschossen hätten die ganze Zeit Was haben wir denn jetzt noch da im Leben? Gneisenau, Hipper und Kutuzov, okay? Kutuzov first, würde ich sagen Ja Weil ich die sehe Auf jeden Fall Au! Oh! My ass Was macht die Nagato eigentlich dort? Das... Ich hinterfrage vielmehr, was unsere Tippets da oben macht Okay Das ist die Frage Sind die anderen auch hier? Und das fahren sie woanders lang Wir sind ja zum Cap, also Da ist die Kutuzov Ich sehe sie nicht Nein, da ist die Kutuzov Sorry Okay Das wäre die Kutuzov Da... Da würde ich jetzt einfach abwarten, wenn du Stealthy bist Ja, aber sehe mich trotzdem gleich jetzt ein paar Kilometern Ja gut, egal, schieß auf die Kutuzov Was? Dreht er sich? Ja, aber keine volle Drehung Er wird jetzt hier in den Rand da gefahren Ärgerlich Ich nehme jetzt mal meinen Heel hier hinter der Insel gerade mit Das Ding ist, die haben alle Torpedos, ne? Also möchte ich da auch nicht unbedingt näher ran Weiß noch nicht, wie ich das spiele Ne Dreh hart rein jetzt, Richtung Cap Aber nicht reinfahren Ich kriege die Kutuzov nicht mehr im Moment Ach ne, ne ok, die Kutuzov muss dann so erstmal den Smoke abwarten Naja Da kriegst du noch Shots auf die Dings Geschossen Ich denke, dass ich jetzt in die Hippe irgendwie ran könnte, aber meine Gundy Depression ist halt leider Zu kacki Dann versuch's von hinten Ja Wenn du nicht gespottet bist, sollte das ok sein Ansonsten musst du vor kurzem auf Torpedos Angst haben Tippler-Torpedos natürlich Naja, vor allem Torpedos ist das Problem, ey Da kann nicht jeder Torped Ich hab in deine Richtung an Dass sie wieder in deine Richtung troppen, um den Nagato zu kriegen Ja, oder du leadest ihn jetzt Ach Gott Scheiß Marker Sollten auslaufen bei dir Also da wo du jetzt gerade bist Schiff, ich krieg die Kurve ja nicht mehr Nee, geh weg, Kutuzov Oder zeig dich nochmal Kannst du einfach abwarten Nee, ich glaub der ist wieder vorgefahren Hat den in eine Richtung getaubt und ist wieder vor Super, unsere Türpitz ist draufgegangen, weil sie sich von der Dings tauben hat lassen Meine Güte ey Das ist ziemlich schlecht für uns noch Jo, das heißt ich muss auf jeden Fall die Gneisen auch rausnehmen Okay, die läuft aber auch gerade voll Okay, ich werde da nicht mehr eingreifen können Zu früh Zu früh Zu früh Zu früh Zu früh, viel zu früh Okay, die Kurve macht jetzt einen riesen Fehler, zeigt halt so viel Breitseite Okay, Leute, die Edinburgh fährt voll in die Topps rein Nein, nein, fährt da nicht Die sind schnell genug, um da rauszukommen Klar Ja, das ist in die Liten vorher vor allen Dingen auch Macht er Wenn nicht, hab ich ihn danach Oder die Nagato Ich glaub eher die Nagato Und über die Nagato drüber schießt Ich glaub auch nicht, dass man das irgendwie großartig hinkriegt Ja, das war eigentlich ein richtig gutes Spiel, aber immer noch keine 2,5k Basics-Pay, ne? Ich glaub auch nicht, dass man das irgendwie großartig hinkriegt Ich glaub auch nicht, dass man das irgendwie großartig hinkriegt Naja, Seipan geht Seipan, am besten 2-Carrier-Game, dann könnte es klappen Ja Wenn du möglichst viele Flieger abschießt Dann Ist es möglich, denk ich